Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 15. März. Heute haben wir dabei Telegram, Xiaomi, Apple HomePod, Apple Maps, Fortnite und Facebook. Beginnen tun wir mit Telegram. Die testen jetzt gerade Voice Shats in ihren Channels. Tja, warum? Ja, wegen Clubhouse anscheinend. Da möchten sie mit drauf aufspringen. Sie denken, dass Voice Shats sehr beliebt sind, zumindest einen großen Hype haben und versprechen sich davon mehr Interaktion in ihrer App und dass die Leute da Spaß dran haben und eben nicht die Zeit bei Clubhouse verbringen. Wird sich zeigen, ob das wirklich so ist und inwiefern die Voice Shats bei Telegram denn auch passenderweise richtig umgesetzt sind. Vielleicht macht ja auch die User-Erfahrung von Clubhouse es aus und ich weiß nicht, inwiefern man die dort jetzt replizieren kann oder auch will. Nächstes Thema, Xiaomi. Die wurden ja Anfang 2021 von der Trump-Administration bezichtig zum chinesischen Militär zu gehören und dementsprechend gab es dann Sanktionen und man konnte zum Beispiel als Investor in Amerika dort nicht mehr investieren und musste auch sogar nach einer gewissen Zeit seine Anteile veräußern, wenn man halt Aktien von denen gehalten hat. Daraufhin hat Xiaomi eine Klage eingereicht beim US-Verteidigungsministerium, also nicht beim, sondern gegen das US-Verteidigungsministerium und das Finanzministerium und sie haben jetzt sogar einen Teilerfolg erzielt, denn erstmal sind diese Beschränkungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben, allerdings erstmal nur temporär. Das geht also weiter und es bleibt auf jeden Fall da auch spannend. Wo es nicht mehr so spannend ist, ist beim großen Apple HomePod, denn der wird jetzt nach vier Jahren eingestellt. Das hat Apple TechCrunch gegenüber bestätigt. Der HomePod Mini ist praktisch die Zukunft des HomePods erstmal, denn der hat ja ganz gut eingeschlagen, ist sehr beliebt, was wahrscheinlich auch am günstigen Preis liegt. Der große HomePod war halt wahrscheinlich auch für die meisten ein bisschen zu teuer und konnte ja auch gar nicht mal so viel. Der kleine HomePod Mini kann ja sogar mehr, weil er halt auch noch das Thread-Portokoll unterstützt, womit Home-Automation halt in Zukunft auch einfacher werden soll und kann. Mal gucken, inwiefern sich die HomePod-Serie dann vielleicht in der Zukunft doch nochmal verweitert. Verweitert? Nicht, nee, erweitert. Und bis dahin gönnt euch dann halt ein HomePod Mini. Und wenn wir schon bei Apple sind, sprechen wir auch nochmal über Apple Maps. Denn die machen es ja genau wie Google. Die schicken in regelmäßigen Zeitabständen immer Autos und auch Fußgänger durch die Weltgeschichte, damit die entsprechend Fotos aufnehmen können für die Funktion Look Around, ähnlich also Google Street View, dass ihr euch einfach auf der Karte irgendwo platzieren könnt und dann virtuell sehen könnt, wie schaut es dort in der Gegend um. Dafür gibt es auch sogar eine Seite bei Apple, wo ihr draufklicken könnt und dann wisst ihr, wo die gerade aktuell unterwegs sind. So zum Beispiel sind die im März 2021 bis hin in den August 2021 zu Fuß unterwegs in Augsburg. Also schaut ruhig mal rein. Vielleicht sind die auch bei euch in der Gegend und dann könnt ihr so ein Apple-Auto, so ein Apple-Fußgänger mit Kamera entdecken. Was morgen eventuell stattfindet, ist, dass der Fußballstar Neymar in Fortnite auftauchen wird. Auf jeden Fall deutet alles darauf hin. Die Twitter-Nachrichten von Fortnite und von Neymar zeigen ihn in Kombination mit dem Spiel und seiner Nummer 10. Und irgendwas soll da wohl morgen passieren. Und wer Fortnite spielt, den interessiert das vielleicht. Wer sich auch noch für Fußball interessiert, den interessiert es vielleicht sogar doppelt. Und ansonsten warten wir morgen ab und eventuell gibt es ja dann auch morgen oder übermorgen in der Daily noch eine Info dazu. Und letzte Nachricht für heute. Facebook, die möchten jetzt bei den Covid-19-Impfungen helfen. Und zwar in dem Sinne, dass sie gerade dann arbeiten an einem Tool, das in Facebook dann selber anzeigt, wo sind die Impfzentren. Und dass man darüber auch gegebenenfalls einen Impftermin buchen kann. Das Ganze anscheinend nicht nur für die USA, sondern auch für andere Länder. Und wohl dann auch erst, wenn in den entsprechenden Ländern auch ganz normale Erwachsene geimpft werden können. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo ich hoffe, dass wir dranbleiben und euch da nochmal ein Update geben können. Facebook arbeitet auch generell mit Instituten zusammen, um zum Beispiel auch WhatsApp-Chatbots einzusetzen, damit Leute einfacher und effektiver ihren Impftermin buchen können. Ich finde es eine gute Sache. Und das war es dann auch schon für heute für den Start in die neue Woche. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt eine großartige Woche. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk. Geek Talk. Geek Talk.